Bitteschön Ja, tschüss Schade Ich hab die Heide Schnell, schnell, schnell Star ist schon wieder los Wir haben es 2 Uhr in der Früh Ich hab gerade so gut geschlafen Und dann Was Hilfe Jetzt sind wir da Ich sehe so alles selbe Leute Ich kann da irgendwas sehen Alter Okay, das ist echt nicht normal Wo ist er? Warte miau Wo ist er? Warte miau, bist du hier irgendwo? Mag ich hin? Ach, du bist sicher Hier, ne Scheune Da hab ich's gehört Ja, da ist sicher was Weil es brennt Wir müssen sofort rein Sonst gehen deine Pferde um den Hals Warte, warte, wer ist das? Hä? Hallo? Hallo? Hey Hallo? Hey Der fliegt mit einem Pferd? Hast du da nicht noch irgendeine Pferde? Ich glaub Oh oh, schau mal her Er hat dich umgebracht Das ist echt nicht gut Schnell, warte Gehen wir da Da brennt alles Er hat doch wahrscheinlich Brand gesetzt Zu meiner Scheune Wo ist er hingegangen? Gehen wir da Der ist irgendwo in Richtung meines Hofes gegangen Der darf da nicht hinkommen Steig in dein Auto, schnell Steig nur bei mir hin Ok, du, gut, schnell fahr Ok, wo, wo Wahrscheinlich hingefahren Er ist da irgendwo hingefahren, oder? Also so als ich gesehen Man sieht ja gar nichts mehr, weil es so dumm ist Warum schlägt der um 2 Uhr ein? Das machen Räuber immer, aber Warum hat der jetzt so etwas auf dich gesetzt? Hast du was mit... Erkanntest du den? Der hatte so eine goldbraune Jacke Nee, ich... Warte, wobei Warte Warte, jetzt fällt mir grad was ein Ich hab den beim Market gesehen Beim Dorfding Da ist er mir... Da ist er bei einem Stand gestanden, wo du Wo ich dich getroffen hab Wieder nach Langem Da hab ich... Ich selber... Ding, dass ich ihn von irgendwo kannte Ich glaub ich hab ihn auch mal im Auto gesehen Wie gefahren ist bei dir, oder? Im Auto? Bei mir? Nee Aber dein Taxifahrer war's nicht Egal, der muss irgendwo... Den keinen, der vielleicht schon von früher Nein, eben Ja, ich mein, ich hab ihn in der Stadt gesehen Ja Da, wo wir... Hier bei uns im Auto in der Stadt Ja Oh je, oh je Ah, da hat er dich ja niedergefahren Ja Also nieder kann ich so besser Kann ich mich nicht verinnern Das ist so merkwürdig, genauso wie er Ich glaub das wird zu ihm gut passen Und da leuchtet auch noch alles Anscheinend sind hier noch welche Fahren wir mal den Berg auf Ey, warum? Ich hab grad so gut geschlafen Vom Ansehen und sowas Und dann... Kommst du mit so nem Schreckensanruf Und dann brennt dann schon Ich mein, was soll ich? Ich hab mir das ja nicht rausgesucht Ja, das will sich glaub ich keiner aus Wo sind wir denn jetzt? Ja, wir sind falsch gefahren Ja, das Zimmer falsch Da kommen wir nicht drauf zum Eingang Mann, wo ist der? Äh, 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 äh Aber... Dieses Ding ist riesig Da, da, so groß ist mein ganzer Hof Aber das ist diese Plantagenfirma Aber ich seh hier nix von Plantagen Da sind hier viele Bäume und so Hier gehen dekoriert Das ist schön, ausschaut uns auch schön Und reich Alter Das sind... Das sind die Arbeiter Oh je... Da leuchtet noch alles Gut, dann rennen wir jetzt rein Ich glaub wir sollten reingehen, oder? Er ist nämlich reingegangen Aber da ist alles so beleuchtet Was sollen wir machen? Reingehen? Ich glaub das war's Ja, wir sollten uns aber reinschleichen Ich glaub das war's Ja, wir sollten uns aber reinschleichen Mach mal langsam die... Tür auf der... Esa... Er rennt weg Er schleicht so komisch Lass die Tür offen Lass die Tür offen Stecken Obwohl... Lass sie... Äh... Lassen wir sie offen damit sie ausrecken Zu! Zu! Nein, nein, zu! Sonst wird er uns noch erwarten Also sonst... Sonst denkt er ist irgendwo drin uns gleich Warte Hinten! Verstecken! Da! Wo... Wo bist du? Hier! Hinter dir! Recht rum! Da! Erstmal hier versteckt Ich geh... Ich schau mal... Was ist da? Er steht da! Warte ich... Gibt's denn... Ah, das ist gut mit den Blumen Warte... Ich tu sie mal ein bisschen weggeben Na, das seh ich noch immer nicht Gut hin... Da vielleicht? Ich renne schnell rüber, ok? Ok... Fuck! Wer kommt? Wer kommt? Ok, schnell! Alter, ich hab den gar nicht bemerkt! Versteck dich hinterm... Ich... Ich... Mach's, oder? Schauen wir einfach mal, oder? Bist du! Er... Er macht ihn nur so! Renn auf die andere Seite! Renn auf die andere Seite! Aber er hat nicht gesehen! Er hat uns gesehen! Schnell! Oh Gott! Nein! Nein! Ich hab die Schi-Zu gemacht! Schnell wegrennen! Schnell ein! Schnell ein! Schnell ein! Oh, das war's wieder! Schnell! 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 Oh, ist der Buser! Hinter uns! Direkt hinter uns! Oh, der rennt sich satt! Wieso ist das Pferd schneller als unser Auto? Er hat's verloren! Fahr einfach vom Berg runter! Nimm nicht die richtige Straßenseite! Ist wurscht! Dann ist das Auto hier! Wurscht! Das hat schon was gekostet! Ja, da geht's um unsere Leben! Ja, wir... Ja, wir... Das kann uns unser Leben kosten! Hey! Okay! Einfach... Allroad! Allroad! Wir brauchen das! Offroad! Ja! Ja, Offroad! Wurscht! Oh Gott, er folgt uns! Wo ist er? Ich... Direkt hinter uns! Die Spiegel sind so dunkel! Ich seh nix! Oh nein! Schnell, fahr, fahr, fahr! Wobei, er ist nicht mehr hinter uns, oder? Ist... Warte, ist der... Macht der auch Offroad? Offroad time! Oh... Aber er ist nicht mehr... Er ist nicht mehr hinter uns, oder? Oder ist er auf der Seite? Ich... Ich seh nix! Bleib mal stehen! Wir können rausschauen! Warte, ich... Stell mich da in... Oh! Oh Gott, das hat mich grad weggeschleudert! Okay! Warte, ich stell mich da dahinter! Da ist niemand mehr! Fahr nicht zu deinem Hof! Und... Ja, ja! Wir sollten das Feuer auch eigentlich ausmachen! Wir sollten das Feuer! Es wird jetzt schon langsam hell! Wir sollten... Das Feuer! Ich glaub, da ist die Feuerwehr... Hast du die nicht angerufen? Also wir sind ja in den USA, da gibt's keine gute Feuerwehr! Ja! Okay, das ist jetzt... Also sind wir in den USA? Ja, sicher! Wo sind wir denn? England wird's nicht sein! Naja, ich mein, das könnte überall eigentlich sein! Aber ja, USA! Macht Sinn! Weil die Polizei meinst du! Ja! Aber, äh... Ist nicht die Feuerwehr auch so... Nicht so besonders? Nein, ich weiß nicht! Ist ja egal! Vielleicht haben sie ja schon irgendwas Klöschler... Ja! Sonst müssen wir doch mal mit dem Wasser von deinen Tieren... Du hast ja da ein paar... Werf mal ein paar drauf! Alter! Junge! Es ist immer so eine Stundenfahrt zu deinem Hof! Aber wir sollten jetzt mal schauen, dass wir beide bei... Äh... Zusammenbleiben jetzt zumindest mal für 5 Stunden oder sowas! Und schauen, äh... Ob er dann nochmal zuschlägt! So, ich fahr jetzt... Wir haben doch gerade andere nicht mal... Äh... So! Schnell, schnell, schnell! Ich schlag schon raus, okay? Bleib stehen! Einfach stehen bleiben! Und dann fahr noch rein! Haha! Vergesst es! Es ist wurscht! Hey Junge! Es ist... Wie... Wie früh ist es bzw. Wie spät ist es? Wie spät ist es? Wir haben die Nacht halb... Höch im Morgen! Oh! Oh! Es ist weggegangen! Gut! Aber sonst ist ja nichts mehr! Weil mir ich errichte ein Grab! Ein ganz schnelles! Okay! Warten wir mal bis es dunkel wird! Und wenn bis 21 Uhr nichts passiert, dann fahr ich wieder nach Hause! Und dann... Äh... Schauen wir mal weiter! Ja! Das ist immer gleich da! Es ist glaube ich jetzt noch nix passiert! Leuchte noch nix! Ne ne! Alter, das ist so gruselig! Ja, ich muss noch mal auf den Wald gehen Ich mach so ne Ehrenpirouette Okay, gehen wir mal rein Komm rein Ich hab schon so einen Albturm, ich seh der WIRT! Ich hab grad gedacht, das war ein Albturm Oh Gott, oh Gott, versteck dich, versteck dich Das ist wilder Was machst du, er hat ein Schwert, hat ein Schwert, bleib zurück, nur bleib zurück Was soll ich da machen, was soll ich machen, da hingehen, da herschlein, was ist, was Was? Oh mein Gott! Was? Warum? Oh, jetzt hab ich auch noch einen guten Freund verloren Falls du das Hip noch hörst, ist es sehr hilfreich Nein, das kannst du aus, mein Scheiß Das hat mein Großvater Gott, was ist da jetzt grad passiert? Hä, was war das? Nein, 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 nein! Nein! Nein, 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 nein! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020